Also, liebe Zuschauer von Kommt zu Axel, Sie wissen ja, diese Sendung steht für den Nachwuchs und ich habe zwei ganz charmante junge Herren mir in die Show eingeladen, in eine Sonderausgabe. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Mein Name ist Peter Sattmann. Mein Name ist Rainer Schöne und ich bin Rentner. Sie können sich vorstellen, was Sie erwartet. Freuen Sie sich auf Kommt zu Axel mit einer Sonderausgabe mit Schöne und Sattmann. Liebe Zuschauer, ich bin sehr stolz und fühle mich sehr geehrt, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Zu verdanken habe ich das dem Schöne, meinem liebenswerten Nachbarn. Herzlich willkommen, Peter Sattmann. Freut mich, danke. Nico. Danke. Wunderbar. Also, du hast eine Keule, ich bin verkabelt. Okay. Wenn du die Sendung übernimmst, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich du sagen darf. Aber. Du gehörst zu dem. Das hast du doch einfach gemacht. Ja. Ohne mich zu fragen. Einfach frech. Bin wahrscheinlich. Du bist auch ein bisschen weiter hintergerutscht. Komm ein Stückchen vor zu mir. Ich beiße nicht. Ich bin ganz lieber. Hoffe ich doch jedenfalls. Peter. Yes. Soll ich Sie sagen? Nein, nein. Nein, du. Du kommst auch ursprünglich aus dem Osten. Das hat mich sehr überrascht. Aus Zwickau. Ist das richtig? Zwicke heißt das. Wie heißt das? Zwicke. Aus Zwicke. Zwicke. Ich habe auch sein Leben lang angehört. Wollte ich sagen. Da wäre es schön. Ich habe nämlich mal mit ihm gedreht. Das war in den 80er Jahren. Ich glaube, es war sogar seine letzte Rolle, die er gedreht hat. Und ich war, also ich fühlte mich als niemand. Jedenfalls habe ich ihn unheimlich bewundert. Und in einer, wir hatten keine Szene zusammen. Aber ich ging irgendwann zu ihm in einer Drehpause und habe mich vorgestellt. Ich heiße Peter Sattmann und ich möchte Ihnen gerne sagen, ich komme auch aus Zwickau. Ich bin da geboren. Und da schaut er mich an und sagt, warum redest du denn so komisch? Das ist leider sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir. Das passt. Aber das passt. Das passt. Wirklich wie Top of Deckel. Aufgewachsen bist du dann am Bodensee und in München die ersten Jahre, so wie ich das recherchiert habe, hast du ja in verschiedenen Talkshows auch erzählt, hattest du nicht ganz so einfache Jahre, aber hast du dich durchgekämpft. Ach, genau. Im Nachhinein waren die vor allen Dingen unheimlich schön und spannend. Ich bin einfach, ich bin von der Schule geflogen, ein Jahr nach der mittleren Reife und bin dann, also was man so sagt, on the road. Ich bin, ich war fast zwei Jahre lang im Englischen Garten in München. Das ist ja so schön. Das war Mitte der 60er Jahre. Das war noch vor den Hippies. Das war die erste Jugendbewegung, die hieß Gammler. Ah ja, okay. Also das war eine, das war eine proletarische Bewegung. Es waren keine Studenten oder Gymnasiasten. Ich war der einzige ehemalige Gymnasiast. Man muss wissen, damals gab es keine Jugendarbeitslosigkeit und da konnte ein Lehrling zu seinem Chef ruhig sagen, du ich bin jetzt mal ein Jahr weg. In dem Jahr, wenn er wiederkommt, hat er seine Lehrstelle weiter. Also es waren damals ganz, ganz viele junge Menschen unterwegs und die Anlaufstelle war einfach der Englische Garten in München. Damals war München noch eine sehr offene Stadt mit Subkultur und da standen die Strichmädchen noch auf der Leopoldstraße und so. Das hat sich alles sehr verändert. Das hat sich, ich sage immer, die Stadt ist inzwischen vergauweilert. Also das hat sich sehr geändert. Aber damals hieß sie ja noch, die Weltstadt mit Herz. So ist es. Und das war sie im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mich da, also von 66 bis 67,5, habe ich mich im Englischen Garten rumgetrieben und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Wollte ich gerade sagen, also auf der Neuen Münchner Schauspielschule dann gelandet, dort die Ausbildung gemacht. Sicherlich war natürlich dieses Jahr oder diese Zeit dieses freien Lebens für dich dann auch eine unglaubliche Schule des Szenens, also für die späteren Rollen. Absolut. Dann hast du eine Theaterlaufbahn hingelegt und circa 200 TV-Rollen gespielt. Das ist unfassbar. Gefühlte, und da zitiere ich dich jetzt selber, gefühlte 50 Jahre Theater und gefühlte 100 Jahre vor der Kamera. Wie schafft man das? Indem man muss, oder? Nee, wenn es Spaß macht. Also ich glaube, ich habe so eine Maxime im Leben. Pleasure makes sense. Das kann man im Deutschen eigentlich gar nicht sagen. Das ist mein Lebensmotto. Also Lust oder Vergnügen, die Freude ist der Sinn des Lebens. Und ich habe, glaube ich, toll, toll, toll war ich immer in der Lage, das zu machen, was mir Spaß macht. Und man merkt es den Rollen an. Also ich habe es nicht nötig, Süßholz zu raspeln, aber ich habe dich nie schlecht gesehen. Das ist natürlich toll. Ich habe mich schon ein paar Mal schlecht gefühlt. Gefühlt ist noch was anderes. Ich hatte eine Kollegin von uns hier, die als Synchronsprecherin sehr berühmt ist. Und die hat erzählt von ihren ersten Erfahrungen, dass sie mit einem Tag richtig Schwierigkeiten hatte und sich das im Fernsehen, dann im Kino angeschaut hat. Und hinter ihr saßen zwei, die dann gesagt haben, was ist denn das für eine scheiß Synchro? Das fand ich. Aber sie hat das auch freimütig erzählt und sowas macht das ja dann auch Spaß. Ja, ja, ja. Und so habe ich dich auch im Außen kennengelernt. Deswegen war ich auch so übrig drauf, dich irgendwie hier auf die Bühne zu bekommen, dass du zu diesen Dingen so stehst und so schön über dich selber auch lachen kannst und herziehen kannst. Zweimal Schauspieler des Jahres ist ja auch eine Sache, muss man erst mal hinbringen. Das ist schon nicht schlecht. Das ist eine tolle Geschichte. Und was ich wirklich lustig finde, ist, du hast in einem Interview gesagt, wahrscheinlich werde ich mein letztes Geld damit verdienen, dass ich vor der Kamera sterbe. Oder noch ein paar Mal vor der Kamera sterbe. Ja, ich bin schon ein paar Mal gestorben. Ich weiß, das war irgendwie vor zwei Jahren das letzte Mal. Da hatte ich irgendwie zum vierten Mal einen Herzinfarkt zu spielen. Okay. Und ich dachte immer, ich muss es ja jetzt mal anders machen als in der letzten Rolle oder so. Also ich bin schon viermal gestorben, was ja ein wunderbares Training ist für den Ernstfall. Ja eben, dann weiß man schon, wie es geht. Dann weiß man, wie es geht und wie die anderen gucken. Und ja, man ist, wie Herr Schöne auch, wir sind eben langsam die Opas immer. Also ganz viele Opas habe ich jetzt gespielt. Dabei denke ich immer noch, ich bin ein jugendlicher Liebhaber. Ist aber nicht mehr so. Ja, innerlich fühlt man sich ja auch noch so. Genau, innerlich. Also ich, alter Sack, kann das sagen. Ihr seid ja noch jung. Was ich sehr schön finde, ist, dass du dich als, also du bist ja Schauspieler, Komponist, Autor, Regisseur, was weiß ich noch nicht alles, was du noch alles machst und nennst dich selber einen Multidilettant. Und das finde ich sehr charmant. Ja, es ist aber so. Also ich würde mich niemals als Multitalent bezeichnen. Weil ich, wissen Sie, ich heute, wenn heute einer... Du darfst mich gerne duzen. Ja, wenn heute einer eine Langspielplatte macht, dann nennt er sich Musiker. Ja. Und ich behaupte, dann hat er eben Musik gemacht. Ja. Also Musiker zu sein, ist nochmal was ganz anderes, als Musik zu machen. Einer, der jedes Wochenende bei sich im Garten arbeitet, würde auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich bin Gärtner. Ja. Oder die Frau, die ab und zu kocht, ist kein Koch. Und so sehe ich viele in unserem Beruf, die eigentlich Schauspielern, musizieren, schreiben. Also ich bin kein Schriftsteller, ich schauspiele. Aber du hast ein Buch geschrieben, wenn ich das richtig irgendwie mitbekomme. Oder du schreibst noch an. Ne, ne, ich habe ein Theaterstück geschrieben. In der Zeit, als ich noch am Theater war, habe ich viel fürs Theater geschrieben. Und werden die auch noch aufgeführt, noch gespielt? Zurzeit nicht, aber das ist ja schon 20, 30 Jahre her. Ja, aber in dem Abend, den wir zusammen machen, da lese ich ein großes Stück aus einem meiner Stücke vor. Schön. Sind alles Komödie. Und gibt es Motivation, Neues zu schreiben oder momentan eher weniger? Es ist so viel, ich bin so faul. Macht so viel Arbeit, ne? Es ist alles, es ist Arbeit. Ich sage dem Rainer, der hat ja ganz viel mehr Pfeffer unter dem Arsch, muss es ja auch, weil er noch zwei Kinder ernähren muss und eine Frau. Ich bin Single, ich bin nur für mich verantwortlich. Ich bin richtig faul und sehne mich eigentlich wirklich nach dem Ruhestand. Okay. Na ja. Ja, das ist doch, Ruhestand ist doch was Wunderbares. Aber du bist ja prädestiniert eigentlich für eine unserer Serien, die wir hier gemeinsam mit TornaTV inszenieren, Mutter, Mutter. Da wird ja der Lebensabend einer Diva dargestellt. Vielleicht kannst du ja Mutter in ihrem Ruhestand zur Seite stehen. Müssen wir mal gucken, ob da was geht. Das schauen wir. Was mir aufgefallen ist auf deiner Webseite, du hast ja eine Webseite. Du bist... Ich war der erste Schauspieler. Der so ein Ding hatte. Ich hatte 2000, also von 1999 auf 2000, in diese Silvesternacht, da habe ich ein Jahr lang, ich habe die ja selber gemacht, ein Jahr lang daran gearbeitet und 2000 in der Silvesternacht habe ich sie eröffnet und ich war damals wirklich, es war nicht mal die Schauspielagentur, nicht mal die ZBF war online. Haben die heute, sind die heute überprüft? Ja, ja, inzwischen hat jede Agentur und so, aber damals gab es keine deutsche Agentur. Ich hatte das nur ein paar Kollegen, hätte ich beinahe gesagt, amerikanischen Schauspielern so abgeguckt, weil ich gesehen habe, die haben alle ihre eigene Webseite oder so. Ja, ich habe das mitbekommen, also dass du Computer, also sozusagen von der Erfindung der ersten Taste warst du mit dabei. Richtig. So vom Interesse her. Ich war einer der ersten Menschen, die online ging in Deutschland. Oh, das wird Mutter gefallen. Wer? Das wird Mutter gefallen. Ja, da musste man noch den Telefonhörer, damals, da war diese Richtige, die legte man auf so eine Schale, das nannte sich Akustikkoppler, und dann liefen viele die Bits einzeln durch. Ja, ich arbeite heute noch so. Also jedenfalls denkt Frau Torn hat das immer. Also jedenfalls eine halbe Stunde brauchte es, bis sich eine Textseite aufgebaut hat. Also seitdem bin ich online und was ihn total schreckt, den Herrn Schöne ist, ist, dass ich seit 1996 mache ich schon Online-Banking. Damals gab es noch das BTX, war auch alles schmuckloser. Sind diese Überweisungen schon angekommen? Ja, 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 ja. Aber langsam natürlich. Naja, da waren dann kleinere Summen. Nein, nein, ich bräuchte eigentlich nur ein kleines Zimmer und Computer für meinen Lebensabend. Oh, das ist günstig. Ich glaube, das können wir dir stellen. Ja, können wir mal gucken. Okay, was mir aufgefallen ist auf deiner Seite, was ich sehr witzig fand, es gibt eine Webseite für Männer und es gibt eine Webseite für Frauen. Fand ich klasse. Ja. Also so irgendwie, ich habe sehr lachen müssen. Ja, ich kriege sehr viele. Also immer, wenn ich abends in der Glotze bin, dann gehen die Besucherzahlen natürlich hoch. Dann gucken die Leute, weil sie auf der Kamm schreiben müssen und so. Und ich kriege wirklich fast täglich irgendeine E-Mail, wo sich Leute amüsiert ausschütten über meine Webseite. Weil als ich die machte, wollte ich ja nicht eine Webseite machen wie üblich, sondern eigentlich eine Parodie auf eine Webseite. Ich hatte mal, muss ich noch schnell erzählen. Also Silvesternacht stelle ich die online. Am nächsten Morgen ruft mich ein Freund an, der hat dich gesagt, du, meine Webseite ist jetzt online. Geh mal drauf, wie sie dir gefällt oder wie sie läuft. Und der rief mich am nächsten Mal, bist du verrückt? Mein Computer ist abgestürzt. Es ist alles, weil ich ja da diesen Spaß mit den Viren, falls sie falsch klicken oder so, dass sie sich ein Virus holen. Also ich hatte die so vollgepackt mit JavaScript und Audio und Ding und Ding, dass sie, und was ich damals nicht wusste, wenn man auf dem Mac was programmiert, heißt das ja noch nicht, dass es auf dem PC geht oder so, auf Windows geht. Also jedenfalls musste ich nochmal alles schlanker machen und eben gucken, dass den Leuten nicht wirklich der Computer abstürzt, wenn sie ja meine Webseite besuchen. Das war damals noch so, ne? Das war damals so. Dann hast du auch irgendwie noch so deinen Senf, deine Senfseite, also wo du dein Senf dazu gehst. Die Senf, da habe ich aber schon lange, es ist so eine Webseite. Es gab lange keinen Senf mehr, den du... Ja, ich, damals habe ich eben jeden Tag irgendwie und jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen, aber ich werde sicher wieder mal versuchen zu aktualisieren. Also diese Seite für die Frau ist toll, ne? Ja, herrlich. Wo die Abseitsregeln erklärt wird. Ich fühle mich als Frau sofort angesprochen. Ich fühle mich als Frau sofort angesprochen. Beidesregeln. So. Ich fühle mich, dabei beidesware.